Der Brennstoffzellenhersteller und der Öl- und Gas-Riese haben sich für neue Fabriken mit Sitz in Ungarn zusammengetan. Plug Power und die MOL-Gruppe haben vereinbart, bei einer der größten Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa zusammenzuarbeiten, die sie in der Nähe von Budapest, Ungarn, in der Donauraffinerie errichten wollen. Dieser Deal mit dem Öl- und Gasunternehmen wird den Brennstoffzellenhersteller in einen völlig neuen Markt bringen. Die Anlage für grünen Wasserstoff wird einen 10 Megawatt Elektrolyse umfassen, der von Plug Power geliefert wird. Dadurch kann die MOL-Gruppe jährlich 1600 Tonnen erneuerbares oder CO2-neutrales H2 produzieren. Es wird in der 23 Millionen Dollar Anlage von MOL gebaut und zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Erdgas zu verringern. Plug Power stellt seit weniger als zwei Jahren Brennstoffzellen und Elektrolyseure her, hat aber bereits eine Reihe von Vereinbarungen mit industriellen Verbrauchern unterzeichnet, die darauf abzielen, dass ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe erzeugte H2 zur Herstellung von Ammoniak, Chemikalien, Beton und anderen harten Industrien dekarbonisieren. Grüner Wasserstoff gilt weltweit als wichtige Option zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Grüner Wasserstoff adressiert zwei kritische Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, Klimawandel und Energieunabhängigkeit, sagte Andy Marsch, CEO von Plug Power. Grüner Wasserstoff für traditionellere Industriemärkte auf der ganzen Welt. Marsch und Plug Power waren historische H2-Wiederverteufer, bis das Unternehmen die Ausrichtung änderte und mit der Produktion seiner eigenen H2-Produktionsanlagen begann. Im Juni 2020 investierte das Unternehmen 58 Millionen US-Dollar in den Kauf von Gina Eltsch, einem Hersteller von Elektrolyseuhren mit Sitz in Newton, Massachusetts. Er erwarb auch die United Hydrogen Group für 65 Millionen Dollar, eine H2-Anlage, die in Charleston, Tennessee, betrieben wird. Wasserelektrolyseanlagen verwenden Solar, Wind und Wasserkraft, alle erneuerbaren Formen von Strom, um H2O in seine H2 und O-Partikel zu spalten. Dieser saubere Kraftstoff kann dann zum Antrieb von Fahrzeugen und der Industrie verwendet werden, ohne Treibhausgasemissionen zu verursachen. Plug Power stieg in das Geschäft mit grünem Wasserstoff ein, als die Unternehmensführung es als Gelegenheit erkannte, Brennstoffzellen Kunden und Industrieunternehmen dabei zu helfen, ihre Emissionsminderungs- und Nachhaltigkeitsziele zu definieren und zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie Hydrogen Fuel News folgen. Klicken Sie auf Abonnieren und klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.